Linde, Jahresausblick 2018. Die Aktie des Industriegasekonzerns Linde zählt seit Jahren zu den Top-Performern im deutschen Leitindex DAX. Während sich der deutsche Eliteindex seit seinem zyklischen Tief 2003 nahezu versechsfacht hat, konnte sich ein geduldiger Linde-Aktionär über eine Verneunfachung des Aktienkurses, Dividenden noch nicht einmal mit eingerechnet, im gleichen Zeitraum freuen. Im laufenden Jahr läuft es indes nicht mehr ganz so rund für das Münchner Unternehmen. Im Zuge der allgemeinen Marktkonsolidierung musste Linde seit dem zyklischen Hoch von Anfang Januar bei 194 Euro deutlich federn lassen. Neben der allgemeinen Marktschwäche lasten die aktuellen Schwierigkeiten bei der geplanten Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair auf der Notierung. So scheinen die EU-Kartellbehörden einem möglichen Zusammenschluss der beiden Multis kritisch gegenüber zu stehen. Schon im Vorfeld der Kartellprüfung hatten Linde und Praxair eingeräumt, dass aus kartellrechtlichen Gründen mit einem Verkauf von Unternehmensanteilen zu rechnen sei. Sollten indes die Beteiligungsverkäufe die Summe von 3,7 Milliarden Umsatz oder 1,1 Milliarden Euro operativen Gewinns übersteigern, haben die beiden Unternehmen die Option zu einer Absage des Zusammenschlusses vereinbart. Sollten indes die Kartellwächter, die bis zum 9. August 2018 prüfen, einer Fusion unter akzeptablen Auflagen zustimmen, würde der weltgrößte Industriegase-Konzern entstehen. Der neue Marktführer würde dann geschätzte 27 Milliarden Euro Jahresumsatz erzielen. Die angestrebten Synergieeffekte könnten sich derweil auf rund 1 Milliarden Euro summieren. Die meisten Analysten beurteilen eine mögliche Fusion positiv. Die starke Marktstellung von Praxair im zukunftsträchtigen Wasserstoffbereich und mögliche Skaleneffekte sollten für die neue Linde-Gruppe Mehrwert schaffen. Fundamental betrachtet gehört die Linde-Aktie sicher nicht zu den Schnäppchen am deutschen Aktienmarkt. Mit einem prognostizierten KGV von 21 für 2018 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,4 wird das Unternehmen bei einer Marktkapitalisierung von rund 33 Milliarden Euro recht ambitioniert bewertet. Grund für die im Vergleich zu anderen DAX-Titeln höhere Bewertung ist das recht stabile Geschäftsmodell der Münchner. Charttechnisch macht der Titel einen angeschlagenen Eindruck. Die seit Anfang Januar 2018 laufende mittelfristige Korrektur scheint noch nicht beendet. Sollte die Linde-Aktie demnächst unter das jüngste Tief bei 161 Euro rutschen, dürfte die Korrektur in die nächste Runde gehen. Dann dürfte wohl auch ein Test des langfristigen Aufwärtstrends bei knapp unter 150 Euro auf dem Programm stehen. Antizyklisch orientierte Anleger mit Sitzfleisch könnten sich wenigstens dann einige Linde-Aktien ins Depot legen. Aktuell stehen für uns drei von fünf Börsenampeln auf grün. Ein scheiterer der geplanten Fusion mit Praxair und die angeschlagene charttechnische Verfassung mahnen zur Vorsicht.